Wir sind heute Nacht Opfer eines Überfalls geworden. Mindestens zwei Täter haben versucht, den Geldautomaten unserer Filiale hier in Holthaufen-Wiener zu sprengen. Erfreulicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Die Bewohner hier des Hauses haben kein Leid davongetragen. Es ist erfreulicherweise nur ein Sachschaden entstanden und ansonsten hat unsere Sicherungstechnik funktioniert. Die Täter konnten kein Geld erbeugen. Sie haben versucht, mit Gas den Automaten zu sprengen. Wann wir die Filiale wieder öffnen, das wird im Laufe des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020